hallo und herzlich willkommen zurück hier zu stadt juli jetzt immer wieder und gehen raus ja im moment wo ist unsere frau dieser viel auf der steht doch für auf wir ja wo ist denn hallo wir kommen ja morgen wird ein wunderschön sonniger tag es ist sonntag heute ok war sagen wir kommen neutral service das letzte mal erst videos ein prozent neutral wovon liegt in meinen händen ich glaube ich glaube das ist wirklich random hier die ganze sache die könig der soßen grüße ja was gibt es denn heute ahrenriegel hast du auch schon gemerkt wie die ahrenriegel immer als erster aus der donut schachtel verschinden etwas überraschend weil der gewöhnliche ahrenriegel geschmacklich eher eingeschüßten hockeypack ähnelt oder warte nur ab bis du mein rezept ausprobiert hast du kannst du bald in diesen regeln förmlich schmecken zunächst brauchst du einen echten hochqualitativen ahornsirup ach so da habe ich den ahornsirup in kochen was kann ich da dann hocharbeit fischen und minarbeit ist ja lustig das sind fast all in one ding hier aber man braucht immer zucker und mehl alles klar so und jetzt haben wir hier eine bombe im inventar ja ich habe immer eine bombe hinter in meinen hosentaschen stecken ganz klar weiß ja nie ob man die braucht ne so die frucht sie wollen ja aufräumen und das muss man aufräumen aber hier in dem fall ist auch wieder blödsinnig hier man kann ja aus dem trauben ja nichts herstellen genau ja aber ich habe sie trotzdem aufgehoben die bären hier mehr weiß ja nie ich gebe viel zu viel auf das ist einfach aus angst eigentlich dass man irgendwas verschenkt oder so das weiß man ja nie so das ist ja wo ist gut mein heute früh aufgestanden mit hier zu führen ich hoffe das macht dein job heute nicht einfach ja danke aber aber schatz du weißt doch dass wir einen automatischen fütterer haben ach wie so lieb ich habe heute auch das wasser für minka aufgefüllt und dankeschön ist ja genial so warte mal wir müssen dir ja was schenken ich habe es eigentlich gestern vergessen ein salat hätte ich noch da die mag doch so gern salat frisch eingepflanzt und angemacht das genau das was ich wollte ich danke dir so ja wir müssen jetzt hier wieder 35 punkte ich weiß gar nicht was passiert du bist verheiratet ok ja moment date war du bist verheiratet ja schön ich weiß gar nicht was passiert wenn da verständlich das kommt man hat jetzt hier eben 12 herzpunkte so robin ist auch da sei geduldig habe immer noch eine menge zu tun ja mache ich doch ja was aber nie schilder legolas trifft mich heute abend nach sondern dann gang in der kneipe alex ok was hat ein rx vorbilder wissen was gestehen wieder ja also ich möchte noch hier wie es verheiratet leute er ist das jetzt mal bedenken jeder kreide hier seitensprünge machen oder sonst so was ja also über das ist wie schade nie naja so ein typ bin ich nicht das war jetzt blödsinn wir müssen wieder an ködern hier katschung katschung so da warten wir jetzt hier einfach mit zum wein bis mal da den keller endlich haben was mit der sonnenblume hier diese saat ist tot der ist nicht tot ihr habt eingestupst wo man gott was ich verblödsinn im kopf habe ja gut dann ist die sonnenblume hier eben eingegangen und ist die auch tot diese saat ist okay wir lassen es trotzdem stehen bis die anderen reif sind und dann wird man da neu anpflanzen gut also man hat auch einen gewissen verlust das ist hier also auch drin in dem spiel dass wir manchmal obwohl gewässert und so weiter kaputt geht mein von dem vogel versett geholt worden sonst wäre es ja total weg hat der hopfen der hoffte wieder mein gesicht hier da können wir jeden tag jetzt hopfen und ernten das ist enorm und die melonen sind auch reif ich habe drei krähen verjagt jawohl dankeschön das brauchen wir auch nach die eine melone ist noch dann können wir das auch kaputt machen wann ist die reif morgen naja ich weiß ja nicht ich hasse das einfach immer wie gesagt wenn das hier spät reif wird so alles heute geerntet melonen jetzt habe ich genug melonen da können wir ordentlich was machen draus habe ich jetzt tatsächlich mais eingepflanzt ja tatsächlich habe ich ja egal so dafür hat unsere frau die tiere dabei haben automatische stelle naja gut das hat es halt noch nicht gewusst weiß ja nicht ob sie sich so auf dem hof aufkennen melonensaat 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 lasst mich doch mal gucken haben wir da was sieht es aus nein blaubeere da haben wir glaube ich gar nicht und das ist egal man kann das leider nicht nach jahreszeiten sortieren dann müssen wir jetzt mal gucken die billigen melonen da die sieben die damals saat verarbeiten mal schauen was rauskommt da haben wir noch eine tomate ok ketchup tomate so weiter geht's ich gehe gleich ins gewächshaus warte mal aber wenn minka gestreichelt hat sie wahrscheinlich nicht oder upgrade ach so das war jetzt das war jetzt ach so das ist so ich habe einen stall angeguckt ich wollte eigentlich die katze angucken treu ist haustier ja ja aber da ist eh da brauchen wir eh nicht mehr viel dran machen jetzt hier die ist so und so treu ach ich bin ich auch blöd ich muss rechtsklick machen die millionen sind auch reif oder ob ich hier mal der grün kohl ok warte mal fehnhose mais la 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 alte frucht jawohl fehnhose nein ist nicht reif der amaranth ist reif achte immer versenzen ok dann können wir hier noch ein bisschen hopfen ernten hopfen topfen nopfen doch noch nicht ok ich hätte gedacht dass das inventar gleich voll ok ich weiß was ich das letzte mal vergessen habt und einen apfel aufzusammeln da war uns inventar voll und dann ist der apfel eben weg wenn man das dann nicht aufsammelt also liegen lassen ist keine option das bleibt nicht liegen so die sense ist nicht hier drin nein da ist nur eine uralte saate drin mit dem amaranth bleibt ernten eigentlich müsste man das machen oder ja äh ja vorher tue ich mal die krebse wegpacken das feuer brennt immer noch das ist ja lustig wenn man das einmal angemacht hat dann bleibt das auch an das wird nicht von tageswechsel irgendwie ausgemacht ja komm wir machen es mal aus jetzt brauchen wir nicht heizen heute ist der sommer das haben wir jetzt nur beim regenwetter das letzte mal angemacht ne ja das könnte ja auch zum beispiel dann nach dem tag wieder ausgehen also das wäre auch ein feature ein wünschenswertes feature sozusagen so also bier wird jetzt gebraut ohne ende schaut euch das an also wir sind ein sehr reicher bau muss ich schon sagen da haben wir noch so eine frucht die können wir auch zu weinen machen das wäre halt interessant was daraus wird wenn wir da mal wirklich so ein wein machen ob der teuer zu verkaufen ist eigentlich müsste aus einem apfel kein apfelwein stehen sondern dann apfelmost ja gut wobei apfelmost apfelwein hm werde ich mich jetzt mal nicht aus dem fenster lehnen ob das das gleiche ist ich würde mal sagen nein apfelwein apfelmost oder beziehungsweise ja bei manchen heißt es halt so ich glaube ein essen war das so mit apfelwein applewein oder so sage ich dazu das wird nicht reichen ne ne überhaupt nicht meines war jetzt sieben früchte und ich habe davon 15 saatgut gekriegt oder so ne es waren mehr 16 das kann man eigentlich schon sehen lassen jetzt weiß ich gerade gar nicht die zwei anderen melonen ne die waren silbern ok ich muss euch leider noch mal hier ein bisschen reduzieren die tomate da die ist mir selber eine silberne tomate ja die kommt jetzt mal hier rein so habe ich hier noch melonen 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 ja habe ich goldene eingelagert die anderen die habe ich mal aufgerufen die sind schon sicher schon ziemlich was wert ja ja aber solche melonen sind eigentlich schon komisch ne die so 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 aussehen normalerweise sind doch melonen immer grün so ist sie schon fertig nein ah ja gut dann müssen wir noch warten ja jetzt wird es ja jetzt wird es gerade fertig sieben reicht es jetzt aber müssen wir da noch mehr warten ja ein sommerschmuck ist reif wir warten noch bis der andere sommerschmuck reif ist so vier brauche ich noch und dann brauche ich für das Gewächshaus ja auch nochmal Saat da hätte ich auch gerne wieder melonen gepflanzt wobei es jetzt eigentlich gerade die Saisonfrucht ist dann müssten wir eigentlich theoretisch keine mehr anbauen das ist äh ja ach komm macht die auch noch zu Saat wir könnten tatsächlich auch was anderes anbauen noch ein bisschen rote Beete vielleicht ne haben wir jetzt erst drüffelöl 1066 65 okay das habe ich ja immer gemacht ich weiß gar nicht warum ich es überhaupt noch habe ich werde wieder mal Lohn pflanzen und amaranth halt halt ich habe den Sensorgeil mitgenommen ah ja weil mir das Inventar voll war so äh zack das große Schwert aber das ist eigentlich besser wie das ist glaube ich gar nichts besseres wie das hier der Hammer ist noch besser aber ja der Hammer ist wieder schwerfälliger so schwupp schwupp und schwuppdiwupp alles weg ah die Erdbeer ist auch noch reif okay habe ich gar nicht gemerkt ja man kann ja mal was übersehen ne so so viel amaranth hm naja gut da müssen wir eh das meiste zu Saatgut verarbeiten können natürlich auch was anderes pflanzen so dann machen wir das billigste erstmal hier ich glaube den Silbernen können wir auch noch verwurschteln so die Melonen sind fertig dann können wir die noch anbauen vier Stück da dann noch was für das Gewächshaus und dann passt die Sache wieder nein ich möchte diesen Amaranth nicht essen so fünf Häuenchen hätten wir übrig und die geben auch kein Tönchen katschum so aaa wge doch in dieula will ich die hier pflanzen ja da pflanzen wir die das was ist denn da oben? ne passt schon pflanzen wir die wieder hier dort hab ich noch zwei pflanze ich die noch hier hin Ups, ne. Ja, dann eben so. Jetzt machen wir da Amaranth noch rein. Also Amaranth dürfte jetzt ein bisschen übrig bleiben von der Saat her. Hier hat dies, ne? Die sind morgen bereit, okay. So, da wurde der Saat auch gut schon, äh, der Saatgut auch schon fertig. Ähm, fünf Stück brauchen wir mal eigentlich hier gesehen zu haben. Das wäre ja lustig, wenn man bei der Katze eine Statistik hätte, wie viel Mäuse die zum Beispiel gefangen hat, äh. Okay, ich habe mich verzählt. Das wäre zum Beispiel lustig. Ja, zwei Stück brauchen wir noch, Mensch. Einmal mit dem Profi hier. Naja, gut, okay. Wir haben ja nichts Besseres als vorher noch hier. Das ist ja immer am Morgen, ihr wisst ja immer dasselbe Leier. Einfach auf der Sache, da könnte man sich das auch sparen, ne? Ja, aber dann hätte ich ja nichts zu zeigen. Das geht ja im Spiel eigentlich hauptsächlich so ein bisschen ums Bauern hier. Ja, ja, das wäre jetzt selber, wenn ich Landwirtschaftssimulator spiele und, ja, hm, dann sage ich, ja, das Feld ist jetzt fertig, ähm, naja, hm, das ernte ich jetzt dann mal, wenn ihr nicht dabei seid oder so. Das hat ja dann kein Wert, dafür spiele ich es ja, um euch das zu zeigen, weil eigentlich ist das ja ziemlich öde, ne? So, zwei Tage, aber ich glaube ein Enten, na, ist jetzt durch. Da muss ich wieder irgendein Hühnchen verkaufen und neu benennen. Das ist ne Ente, Mai, natürlich. Naja, gut, das ist kein Thema. Die, wo nicht von euch, äh, benannt worden sind, die tue ich halt dann einfach hier ersetzen. Und wenn die irgendwann mal ersetzt werden würden, dann, äh, nein, mach zu, ja, puh. Ich muss hier noch streicheln. So, warte mal, wer war das? Frederick hat ja ein neues Schwein dann jetzt hier. Habe ich jetzt Borsti genannt? Ja, das habe ich nicht kaufen müssen, das ist auch genial. So, ein Monat alt, echt. Borsti ist immer noch ein wenig unbeholfen nach der Geburt. Er ist neugierig auf seine neue Welt. Ha, wie geil ist das denn? Unser erster eigener Tiernachwuchs. Ich hätte gedacht, das funktioniert nicht. Piggy, da steht es so. Also, ohne Strich. Und bei... Frederick ohne. Okay. Also, wenn das so ist, dann ist es erlaubt. Und wenn der Balken durch ist, ist es nicht erlaubt. Okay. Jetzt weiß ich es endlich. Das hat mir ja keiner von euch verraten wollen oder können. So, dann tun wir es natürlich erlauben. Hätte ich schon lange Schaf nachwuchs haben können. Mensch. Mensch, das geht doch nochmal. So, hier hätte ich natürlich bekommen. Ich hätte natürlich auch nur bei einem Tier nix reinmachen können. Ja, jetzt wissen wir es. Also, wenn das Euter dauert, was es da darstellen soll, wenn das so ist hier, dann ist Nachwuchs erwünscht. Und wenn nicht, dann nix durch ist, dann ist es nicht gestattet. So, die Ziegenmilch da, muss ich mal gucken. Das ist grenzwertig. Die könnte ich vielleicht verarbeiten. Ziegenkäse. Ja, wenn es ein goldener Käse wird, dann ist gut. Ansonsten haben wir halt einen Malus gemacht. Ihr kennt das Spielchen ja. So, ich will nicht immer halt alles hier verkaufen. Ich möchte ja auch was erzeugen, ne. So, die dürfen auch raus. So, jetzt hat die Eier. Heute gibt es ja keine Enteneier. Aber ein Schattenei gibt es heute. Die großen Eier, warte mal, die tun wir mal ausfiltern hier. Die Köder müssen auch weg. Die kommen wieder an die Angel gehängt. Fünf Stück sind es mittlerweile. Der Amaranth, 225. Habe ich da schon mal was in die Kiste rein? Polykulturgerungen herrschliefer noch acht. Äh, okay. Gourmetkoch, Errungenschaftskoche, Lachsmalzein. Da braucht man am Rand für. Wisst ihr was? Ich tue das heute mal in die Truhe schmeißen. Bitteschön. So, ein Dino-Ei. Äh, das wird verkauft. Weil das ist ein Artefakt eigentlich. Das brauchen wir auch nicht ausbrüten. Könnt man machen, aber... Ich habe ja gesagt, der Dino soll einzigartig bleiben. Und das Ei ist sowas von wertvoll eigentlich. Deswegen wird es verkauft. So, die Erdbeere, die können wir auch noch irgendwo einlagern. Und die Batteriehersteller sind auch noch da. Eine Stunde, 50 Minuten dauert das noch. So, heute gibt es noch Federn. Aus dem Gefieder. Gustav, ja, Gustav Gans. So, ja, da fällt mir noch was ein als Entenname. Frieda oder so. Haben wir, glaube ich, noch nicht. So, weil das Ei dürfte... Ja, das ist bereit. Ich bin bereit. Beziehungsweise warte mal. Da müssen wir uns sicher so was nachgucken. Ja gut, wir können jetzt kein Entenei einsetzen, weil die alle schon verbraucht sind. Ja, tja. Okay. Jetzt gucken wir mal. Dafür, der Zweite. Den haben wir schon mal verkauft. Quacks, den haben wir noch nicht verkauft. Erst einen Monat. Tobi, äh, oder wie der heißt. Berti. Donald. Daisy. Quichy. Dagobert. Alfred Tamar schon verkauft. Was? Rack, oder? Ja. Das war Rack. Watschl. Gustav. So, Moment, wo war denn hier? Berti. Äh, das ist so ein blöder Name. Äh. Verkaufen. Okay. Ja, jetzt muss ich nochmal raus und wieder rein, damit das Küken schlüpft. Ja. Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Wer hätte es gedacht? Ähm. Das heißt jetzt einfach Frieda. Äh, nüs? Ne, nicht... Äh. Falsch. So, ich muss nochmal umbenennen. Free, ja. Frieda. Aber ohne IE. Frieda. So. Ja, natürlich warten diese Enten nur auf euch, ja. Ist das ein Platzhalber? So, ich muss mir halt immer irgendwelchen Namen aus den Fingern saugen. Irgendwelche Kreativen. So. Ich hätte auch schreiben können, Ende 1, Ende 2, Ende 3, Ende 4, Ende 5, Ende 6. Ja, warum denn nicht, ne? Aber das wäre sehr, sehr, sehr ultra kreativ. Oh, das ging aber schnell. So. Erdbeeren. So. Also, Verkauf, 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 Verkauf. Ja, das kommt noch, der Verkauf. Ähm. Haben wir jetzt... Ja, wir haben, glaube ich, das Gewächshaus fertig, ne? Jupp. Das ist durch. Dann können wir uns wieder ans Verkaufen machen. Mein Pferdchen. So, warte mal. Ich habe heute ja noch gar nicht geguckt, wie er heute gepostet hat. Ah, das geht ja gar nicht. Weil ich keinen Talent mehr habe hier. Der geht ja nicht mehr. Komischerweise, der Kalender Anywhere will nicht, obwohl der Mod aktuell ist und so weiter. Und ich habe eigentlich auch keine Fehlermeldung desbezüglich. Naja, gut. Schauen wir mal. Heute ist ja wieder Geschenketag. Es sind ja nicht immer viele. Pia. Ähm. Okay. Keiner Geburtstag. Erst am 17. hat Sam Geburtstag. So, was willst du da haben? Seetang. Äh. Ja, 60 Gold. Alex. Hä? Warte mal, Alex. Mit dir haben wir doch heute noch ein Date, sozusagen. Dann kann ich den Seetang ja mitbringen. Sommersaat verfügbar. Ähm. Ja, Moment mal. Ich hätte da was zu verkaufen. Warte mal, Pia sind wir eigentlich schon dicke Freunde. Jupp. Aber ich rede trotzdem mit dir. Uck. Es ist so heiß hier drin. Ja, so keine Klimaanlage. Tja, wohl nicht. Oder mach doch mal den Ofen aus. Das heizt ja auch. Da verdampft man ja dann. Ich brauche eine Brille. April, April, April. Servus, Jassi. Uh, das war knapp. Lalalala, ich mach hier nix. Ja, ich spiel hier bloß. Servus, Sam. Warte mal. Okay, ja. Wenn du eine Heizluftballung über dem Meer siehst, ist es gerade hoch, sie sinkt. Sommers, ja, das ist jetzt bald. Morgen ist es so. Ja, dann mach's mal gut. Tschüss. Ähm. Ich lauf gerade meine Schuhe ein. So. Schwupp. Oh, ne Höhenkarte. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wer von euch hatte noch keine volle Sterneanzahl, äh, Sterne, Herzanzahl. Shane. Shane Guzman. Harry, der Doktor. Die Penny. Penny Lane. Und Sandy, Jakobus und Kent. Jawohl, das, äh. Ja, gut, ich mach das wieder in der Pause, damit ihr euch nicht beschweren könnt hier. Es ist zwar nicht mal viel, ich hab mir erst gedacht, mach ich's mit euch zusammen, aber, hm, nee. Jetzt mal gucken, Doktor Havi mag zum Beispiel Wein. Oder Eingelegtes. Aber ja, wir können eigentlich eh schon Feierabend machen für heute. Ich sag jetzt erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Bauleglas. Tschüss. Tschüss.